Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wenn sie dich damit gesehen hätten, würden alle denken, ich lüge. Wenn du schon nicht an deinen Ruf denkst, denk wenigstens an meinen. Hast du nichts dazu zu sagen? Sitzt da und guckst mich nur an? Ich bitte um Verzeihung und hoheit. Stell dir mal vor, die hätten mich hier entführt. Was hättest du dann getan? So ein Geplapper tut sich auch kein Entführer an. Komm, steig ein. Haben sie mich denn echt nicht erkannt? Ich bin's doch. Der Film-Umit. Mitleid in Paris. Wo die Ellen? Den hatten sie auch. Ja, klar. Also, wo in Witz denn? Ins Paradies. Ins Paradies. Können Sie nicht etwas schneller fahren, dass wir es noch rechtzeitig schaffen? Oh nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, meine Märchen! Ich will sie sterben! Ich will sie sterben! Ich will sie sterben! Ich will sie sterben! Das kann doch nicht wahr sein! Echt? Sowas kann doch überhaupt nicht wahr sein! Ganz unten. Ich hab dir die fünfte Staffel von The Walking Dead mitgebracht. Wie wolltest du doch? Sundys mag ich nicht. Steigen Sie um in dieses Taxi. Der Fahrer ist viel schneller. Ach, dieser Taxifahrer! Das ist die frostigratze, die Mobilität. Die